Verkaufen in herausfordernden Zeiten. Auf die Einstellung kommt es an. Inflation, immer weiter steigende Energiekosten, Lieferverzögerungen. Die Krise hat unser Land aktuell fest im Griff. Kosteneinsparen lautet daher die Devise in den meisten Unternehmen. Wie Sie als Verkäufer dennoch positiv gestimmt in die Akquise gehen und welche Rolle Ihr Mindset dabei spielt, das erfahren Sie in dieser Ausgabe von Limberg Group TV. Keine Frage. Verkauf ist aktuell nicht leicht. Ich erlebe die gleichen frustrierenden Telefonate wie Sie. Auch mir sagen Kunden, dass sie für nächstes Jahr kein Budget haben. Dass sie wegen der Krise erstmal abwarten müssen und gar nicht so richtig wissen, wie es bei den Energiepreisen weitergehen soll. Auch andere Situationen sind nicht wirklich schön. Wenn du beispielsweise als Verkäufer in der Industrie weißt, dass du aufgrund von Lieferverzögerungen gar nicht alle Bestellungen erfüllen kannst. Und du weißt, dass die Kunden, die deine Maschine beispielsweise nicht bekommen, wahrscheinlich pleite gehen werden. Da greift keiner mehr gerne zum Telefon. Kann ich absolut verstehen und nachvollziehen. Das zieht dich echt runter. Natürlich ist es leichter gesagt als getan, trotzdem positiv zu bleiben und weiterzumachen. Doch was bleibt dir anderes übrig? Gerade jetzt kommt es auf den Vertrieb an. Ich sage es immer wieder gerne. Es gibt nur ein Gas, Vollgas. Gerade jetzt musst du beim Kunden Präsenz zeigen, zuversichtlich sein. Denn jetzt punktest du, weil kein anderer sich um deinen Kunden kümmert. Und das gelingt nur, wenn du an deiner inneren Einstellung arbeitest. Denn wenn du mit schwarzen Gewitterwolken im Kopf beim Kunden anrufst, kannst du es eigentlich auch direkt lassen. Wenn du dir denkst, der wird eh Nein sagen, wird genau das passieren. Die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Denn unsere Gedanken schaffen automatisch unsere Realität. Da ist es umso wichtiger, dass sie jetzt an ihrem Mindset arbeiten, um sich von allgemeinen Stimmungen nicht anstecken und runterziehen zu lassen. Eine Methode, die ich Ihnen empfehlen möchte, ist die Arbeit mit einem Erfolgsjournal. Ich mache das seit Jahren. Sie kaufen sich also ein schickes Notizbuch und dort schreiben Sie jeden Abend Ihre Erfolge rein. Was ist gut gelaufen? Worüber haben Sie sich gefreut? Und so weiter. Und das lesen Sie sich durch, wenn Sie einen schlechten Moment haben und das Gefühl haben, dass gerade gar nichts mehr klappt. Und ich verspreche Ihnen eins, Sie werden sehen, selbst ein Tag, an dem es gefühlt nicht gut gelaufen ist, hatte seine Erfolgsmomente. Mich motiviert es ungemein und hilft mir, wieder in meine Mitte zu kommen und weiterzumachen. Ich nutze dazu meinen Limbeck High-Performance-Prinzip-Planer, da ich dort sowieso jeden meiner Tage mit plane. Und natürlich können Sie das Ganze auch digital machen, auf Ihrem Smartphone oder Laptop. Ich bin da vielleicht ein bisschen altmodisch, doch für mich gilt, wer schreibt, der bleibt. Das, was Sie mit der Hand aufschreiben, prägt sich viel besser ins Gedächtnis. Eine andere Übung können Sie auch gleich im Anschluss an dieses Video machen. Nehmen Sie sich einen Blog, ein Blatt Papier und schreiben Sie auf. 47 Erfolge, die Sie bisher in Ihrem Leben hatten. 47 Dinge, die Sie gut können. 47 Dinge, die Ihnen leicht fallen. 47, auf die Sie stolz sind. Oder 47 Dinge, an denen Sie drangeblieben sind. Dann lehnen Sie sich diese Seiten nochmal in Ruhe durch. Und dann sagen Sie mir noch einmal, dass Sie nichts erreicht haben. Es sind diese Dinge, aus denen Sie in herausfordernden Zeiten die nötige Kraft ziehen können. Haben Sie Lust, gemeinsam mit mir an Ihrem Mindset zu arbeiten und sich für 2023 maximal positiv zu programmieren? Am 19. November gebe ich zum allerletzten Mal mein großes Ziele-Seminar Think Big or Go Home live in Bad Zonen. Von 10 bis 18 Uhr werden Sie mit über 200 Gleichgesinnten die Erfolgsrituale der High Performer kennenlernen und Ihre beruflichen und persönlichen Ziele abstecken und visualisieren. Tickets gibt es ganz einfach auf thinkbigorgohome.com oder Sie schreiben mir einfach eine E-Mail oder eine Personal Message und mein Team regelt das. In diesem Sinne, bleiben Sie positiv und Glück auf, Ihr Martin Limbeck.